Lachen am lauflichen Band über die Abenteuer, die Stan Laurel und Oliver Hardy als Stierkämpfer wie der Willen in Mexiko erleben. In Wirklichkeit haben sie die Aufgabe als Privatdetektive im Land der heißblütigen Senoritas nach einer kühlen Donnten zu suchen. Es gibt keinen lustigeren Film als diesen, in dem Stan Laurel und Oliver Hardy sich in den schwierigsten und komischsten Situationen als Meister zeigen. Komm her, stell dich hier hin. Würden Sie ihn bitte festhalten. Aber lasst sie ihn nicht weg. Nein, nein, ich weiß nicht. Stell das hin. Du kannst doch nicht trinken, wenn wir arbeiten müssen. Ich fühl mich schwach. Gut, ich hol dir etwas Riechsalz. Aber fall nicht um, bevor ich wieder da bin. 10 Jahre lang. 10 Prozум. 15 15 Untertitelung des ZDF, 2020